Ja, hoppla, hohoho, da seid ihr hier schon wieder. Wo kommt ihr denn her? Aber schön, wenn ihr schon mal da seid. Hier ist der Mann der guten Laune, richtig, immer noch euer Andi. So, und jetzt wird es nämlich wieder Zeit für einen guten Laune-Spruch, den man eben haben und hören muss. Und, ja, denn wir wollen ja was für die gute Laune tun. Wir wollen uns ja nicht hier am Kanal ausruhen. So, und zwar begebe ich mich da in Gefahr, hip hip und auch hurra. So, schaut das mal an. Und, was sage ich da? Nein, hier lief kein Idiot, denn das ist doch nur stinknormaler Code. Gut, und mit diesen Code-Bildern bin ich erstmal raus und nehme euch mit zum nächsten Hit und sage, piep piep piep, ich habe euch, was seid ihr denn? Ach da, lieb. Ich hoffe, ich habe euch etwas aufgemundert mit diesem Spruch, denn das ist ein Muss und ein Knüllerbrüller gibt es hinterher. So, es gibt nichts, was mich durchhält und schöne Grüße, Freunde, und sei jetzt an den Rest der Welt. Piep piep piep, ich setze noch einen drauf und sage, piep piep piep, ich habe euch lieb. Hehehe, ihr seid da, Hammer, Freunde. Daumen hoch für euch, weil ihr seid. Also, ganz ehrlich, mir fehlen wirklich kaum die Worte, aber bei euch, Freunde. Ach, Wahnsinn. Wie sehe ich eigentlich aus? Gut? Ich glaube, gut, besser, am besten. Hehehe, ja, so sieht's aus. Ihr seid immer noch da. Ja, dann, pssst, hu, piep piep, hu, krr. Hehehe.